willkommen zu einer episode der fortnight daily news heute geht es um updates zum iconic skin da gibt es nämlich interessante neuigkeiten zu dann zu einem neuen ltm der jetzt bald rauskommen wird richtig geil eventuelle mapänderungen und coole news zu apple und ninja und ich würde sagen wir fangen direkt mit den ersten news an also angefangen bei iconic news und zwar diesen exklusiven skin den ihr bekommen könnt mit dem galaxy s 10 hier gefunden natürlich bei fordner battle real info und das interessante ist dass wohl gerüchte umgehen dass epic games wohl den iconic skins aus accounts rausnimmt die nicht legit gekauft haben beziehungsweise die nicht dass es zehn haben und so ich sag mal bei irgendwelchen resellern den iconic skin ich sag mal ganz blöd gesprochen für zehn euro gekauft haben und da soll er wohl rausgenommen werden jetzt gibt es aber auch gegen argumente so wie wir es hier zum beispiel jetzt sehen dass eine e mail geschrieben worden ist von einem epic employee der geschrieben hat nicht zurzeit machen wir solche dinge nicht und ist auch so was nicht geplant ich würde euch trotzdem raten leute kauft den iconic skin nicht irgendwo im internet wo ihr gescampt werden könnt denn so habt ihr erstens mal die möglichkeit dass euren account verliert und eure daten verliert und am ende dann ohne geld da steht und auch ohne iconic skin also lasst euch nicht verarschen dass zu die eine sache und dem vorzubeugen würde ich sagen geht auf jeden fall den legalen weg also wenn ihr tatsächlich den iconic skin haben wollt dann schaut das irgendwie ein freund familienmitglied oder sonstiges vielleicht eine szenen hat weil er kein fortnacht spielt oder so und schmeißt einmal zweimal fortnacht an mit eurem account dann habt ihr den iconic skin macht das nicht so über komische umwege im internet mit irgendwelchen leuten die er nicht kennt ist nämlich ein bisschen wird seine account daten herzugeben nur für ein skin wo man am ende dann vielleicht die chance hat alles zu verlieren sodann ltm the floor ist lava und wir sehen jetzt bald einen neuen ltm ihr habt das wahrscheinlich und den news tab gesehen sehr sehr interessant die news sagen auch okay man muss high ground bauen um der lava zu entkommen die langsam aber sicher die map einnimmt sehr sehr geiles konzept ohne spaß ich bin übelst gespannt wie das ganze dann im spiel aussieht wer das schon spielen konnte beziehungsweise wer das jetzt nämlich spielen kann ja wenn ihr diese news seht könnt gerne mal in die kommentare schreiben wie das so für euch ist und was der anderen empfehlen könnt cool auf jeden fall dass epic games mit neuen möglichkeiten experimentiert mit den ltms finde ich richtig geil ja dann bei reddit gefunden bei grubi track und link und auf jeden fall zu allen sachen und in der video beschreibung immer er hat hier ein bild gefunden was sehr interessant ist denn da sieht man ja wasser auf den vulkanen zukommen sieht wohl so aus als wenn das ganze eis geschmeißen ist ob das ganze jetzt so wirklich passiert das natürlich immer so dahingestellt aber epic teased immer gerne mal so kleinigkeiten an vielleicht auch selber im eigenen spiel in form von bildern deswegen gerne mal eure theorien unten in die video beschreibung nach unten video beschreibung in die kommentare unten rein was ihr davon haltet glaubt ihr es ist einfach nur erst ein bild okay muss jetzt nicht irgendwas unbedingt heißen oder glaubt ihr hey ja doch epic teased gerne das kann wirklich was heißen und ihr seht auch schon der vulkan ist so überwachsen überall mit grünzeug und so lava geht da runter verdunstet ein bisschen und so das sieht schon geil aus muss ich ganz ehrlich sagen und ja wasser kommt auf jeden fall alles voll wasser überall wasser ist schon crazy vielleicht sehen wir wirkliche map veränderungen was sich ja alle wünschen irgendwie dass die map jetzt nicht nur verändert wird indem jetzt irgendwie ein dicker eisbrocken dahin kommt oder vulkan aus der erde schießt sondern tatsächlich mal irgendwie ja im grunde eine neue map da ist wo vielleicht die bestehende auf crack oder wir haben ein paar inseln es gibt ja so viele konzepte die wir bisher gesehen haben wir könnt ihr gerne mal unten reinschreiben was ihr glaubt was passiert und was sie euch vor allem wünschen würde ja dann bei den letzten news ninja hat gestern getwittert dass 12 pm nun vom 25 märz also heute dass wir heute abend um 17 18 uhr hier deutscher zeit etwas stattfinden wird er hat das hier gepostet viele haben gesagt hey das ist apple das ist natürlich nicht apple das ist natürlich ein ihr seht ja es ist kein apfel aber es ist natürlich eine anspielung auf apple und einige haben erst gesagt hey es ist vielleicht da ikali kommt da ikali zurück oder so nein das ganze bezieht sich tatsächlich auf apple denn apple hat ebenfalls was getwittert und das sehen wir nämlich hier apple hat genau das gleiche getwittert im grunde genommen hat jetzt ninja nicht erwähnt was ich ein bisschen komisch fand hat aber auch fortnight nicht erwähnt und ninja hat fortnight auch nicht erwähnt das heißt also große spekulationen sind aktuell oh mein gott jetzt kommt neben dem iconic skin von samsung auch der große apple skin der iphone skin das muss nicht unbedingt sein ich gehe eher davon aus dass apple heute den streaming dienst vorstellt weil die haben einen neuen streaming diensten die gerne vorstellen möchten und vielleicht sogar einen gaming dienst denn wir haben gesehen dass google ja einen neuen gaming dienst dieses jahr vorstellt mit google stadia wo man streamen kann und keine hardware braucht was sehr sehr naja ich sag mal zukunftsweisend ist und was ziemlich geil sein könnte wir müssen erstmal abwarten und apple hätte vielleicht auch die möglichkeit nur die infrastruktur sowas auch hochzuziehen und vielleicht in den gaming markt einzudringen mit vielleicht mit einem neuen apple tv oder wer weiß was also im großen spielemarkt hat man auf jeden fall ob der spielemarkt gut ist ich meine mobile games ist dahingestellt muss man nicht mögen aber auf jeden fall großen zugriff über ihre eigene plattform haben sie auf jeden fall mal schauen wie ernst das ganze wird auf jeden fall heute gespannt nach 17 18 uhr ungefähr soll das ganze sein dass wir mal die augen aufhalten morgen in meinem news video werde ich auf jeden fall mal ein update reinschreiben so damit ich am ende meine news wie gesagt schreibt gerne unten in die kommentare was ihr von den ganzen sachen haltet also das apple ninja event da bin ich sehr gespannt was da kommen wird also ich gehe wie gesagt ganz klar davon aus dass wir ja vielleicht eine gaming stream plattform sehen und ninja so ein bisschen genutzt wird um so ein bisschen publicity so ein bisschen den fokus auf gaming zu legen natürlich war epic beziehungsweise ninja sorry ist ja so die ich sag mal streaming figur das gesicht des streamings geworden mittlerweile und ob man ihn jetzt mag oder nicht trotzdem ist er halt bekannt geworden und hat dem stream natürlich auf jeden fall eine große reichweite verliehen und natürlich auch mit fortnight deswegen ja das zum einen ich glaube nicht dass das eine kooperation mit fortnight wird sonst hätte man wahrscheinlich epic games oder fortnight getaggt in den tweets deswegen gehe ich eher davon aus dass das was eigenes wird von apple selber bin ich sehr gespannt wie das ganze dann wird wie gesagt eure meinung mal unten in die kommentare auch zu allen anderen themen und wenn euch das video gefallen hat lasst gern like da lasst gern sub da unterstützt mich gerne mit dem creator code dann haben wir uns morgen zu neuen episode also bis dahin tschau tschau